Hallo, hier ist Naruto1986. Herzlich willkommen zu Assassin's Creed Odyssey, zu Part 215. Was war das? Jetzt muss ich gerade gucken. Das zweite war Baum. Der Baum, 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 der ist hier. Kolibri, was ist ein Kolibri? Warte mal. Der sieht nicht aus wie ein Kolibri. Ein anderes Gedächtnis. Okay, warte mal. Ich bin gleich wieder da, Freunde. Ich bin gleich da. Bei der letzten Frage mache ich dann gleich weiter. Ich bin gleich da, Leute. Ja, Leute, es gibt ja... Also ich fehlt mir hier auch gar nichts. Und es gibt ja hier nichts anderes. Guck mal. Da gibt es ja nur Fisch und dann hier noch Spinne. Dann hier. Wahrscheinlich der Tod. Dann das Gedächtnis. Und dann ist hier noch ein Tier. und hier drüben Welle, Berge. Noch den Baum gehabt und einmal die Sterne. Mond und hier die Sonne. Dann kann es jetzt nur noch das hier sein. Dann noch das hier. Komm schon. Nicht schon wieder falsch liegen jetzt. Oh yeah. Gut gemacht, Alexios. Na, ist er. Geschafft. Rätsel Nummer eins. Trophäe erhalten. Rate mal. Wow. Mal gucken, was habe ich denn gerade... Warte mal, ich will mal kurz im Inventar was gucken. Was habe ich denn da gerade gekriegt? Warte. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Hast du mal Achilles? Achilles? Ne, die hatte ich gerade getragen. Ne. Das war das gar nicht. Oder war das jetzt hier? Wow. Göttel der Medusa. Oh nein. Wer da. das ist der schon besser aus was haben wir hier oben okay ja warum war paul so damit ist das natürlich okay was haben wir noch was ist das tut was ich wollte das okay wenn ein schwer anwärter dann der anwärter hier kann immer noch zurückkommen in dem teil mhm hm okay so 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 gut damit haben wir den ersten schon mal erledigt 1 und 4 habe ich mal gucken aha dann reißen wir mal gleich hier rüber schnell dann brauche ich den drüber fahren endlich dann die drecks axt hier damit mir das dann noch schon wollen wir mal gucken gehen los geht's und dann los alles klar alexus los geht's wie hart warte mal wie viel haben wir jetzt davor noch abgezweigt okay ich habe schon fast 35 erreicht alter es ist kaum zu glauben auf jetzt kommen mach mal hin und da jetzt mein freund ja das haben wir jetzt schon ist perfekt aha bingo dann ist da hinten jetzt der aussichtspunkt den hol ich mir nämlich jetzt erst mal als erstes ja okay wenn es denn so ist okay dann hier hoch so ach das ist doch der letzte part für heute sein dann geht es morgen weiter weil und ich bin groß hier und los geht's so viel zu tun das ist klar aber ich muss mit ihm sprechen okay super und dann dorthin ja die anderen müssen das machen wir alles noch keine angst wir werden jetzt nicht so schnell durch rushen entschuldigung mein freund ok das finde ich ah schwule hunde ist denn ich weiß grad so ja komm danke hallo ich bin gerät mein freund ich komme für das pankratia das muss ein scherz sein uns fehlt nur noch ein kämpfer und zwar testicles okay ich bin testicles du bist testicles derselbe testicles mit dem ich letztes jahr trinken war der meiner frau avancen machte und meinem bruder meine ernährung hat mich wie soll ich sagen verändert offensichtlich die leute wollen ein spektakel ich gebe ihnen eins das kam noch nie vor doch die menge würde toben wenn das pankratia und abgesagt wird nun gut die wettkämpfe beginnen in kürze also los ein bisschen lügen um da rein zu kommen das war jetzt nicht schon eine wahre kracht egal was hätte mir sonst auch was einfallen lassen sollen oh man hoffentlich wird es nicht oh nicht der wieder soll ich dem jetzt die fresse pulieren soll ich euch kalias vorstellen ein ehemaliger sieger in diesem stadion und nun ein hochgeschätzter kampfrichter hier in olympia es ist mir eine ehre dieses ereignis anzukündigen verschwenden wir keine zeit das pankration ich halte keine lange rede denn wir wollen alle einen kampf sehen bei zeus lasst den wettkampf beginnen bei zeus soll ich ihm echt die fresse pulieren oder was ha 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 ich zerquetsch dich wie einen käfer ha das wird einfach ja ich halte mich ha ha auf komm her mal wirst du ganz klein laut was ja 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 aber bitte ja ja boah war das knapp gerade eben war da schon alles das war gerade erst der anfang was nun da unser herausforderer aufgewärmt ist wollen wir mal sehen wie er sich gegen erastos schlägt oh mein gott ich bin dagegen auch mal so ein penner hier ich hoffe ich hab wieder ein bisschen volles leben jetzt ja na endlich jetzt hab ich wieder ein komplett volles leben wieder eigentlich ja endlich hab ich wieder volles leben ja endlich hab ich wieder ein komplett volles leben ja komm her mein freund komm her mal komm das ist die richtige einstellung jetzt reicht's alter ja ja ey ich hab wieder mein ich hab wieder mein komplett volles leben zurück yes endlich ich hoffe das bleibt wenn ich das durch habe auch komplett so jetzt nicht dass ich dann nur noch den halben wieder habe ich hoffe so nett ey am anfang hab ich gleich noch den halben gehabt wo ich gegen ihn angetrennt bin aber danach hat sich das doch du bist doch nicht fertig ach man ich kann ihn angetrennt bin da hat sich ja alles komplett voll gehabt geil schon bald kommen wir zu unserem letzten Westkamm der mächtige Alexios gegen den amtierenden Meister Dörieos und ich hoffe das bleibt dann auch so dass das leben dann auch wieder komplett voll so voll bleibt und danach nicht wieder auf halb umsprungen weil sonst flippe ich aus ernsthaft erstaunlich bald könnte ich der Gefährte eines Olympiasiegers sein du bist in besserer Verfassung als ich es bin Hör auf zu nerven du Schwuchtel Wohl wenn Sokrates ein bisschen gewillt hat Boah Alkibiades geht es dir gut? ich war aus mit dem Opharnes und Kalias den bekannten olympischen Kampfrichter zu viel billiger Wein hast du aus Medeas Becher getrunken? Medeas Becher? glaubst du er wurde vergiftet? Junge ich hoffe du stirbst alter wenn du vergiftet wurdest muss ich den Kampfrichter finden vergiftet meinst du das wurden sie auch oder nein niemals es sind gute Männer du glaubst doch wohl nicht dass einer von ihnen sie veranstalten bei allen Spielen ein Fest um die heilige Waffenruhe zu feiern hoffentlich stirbst du alter bleib bei ihm ich gehe der Sache auf den Grund guck mal ich habe jetzt wieder volles Leben gehabt vorhin und ich hoffe das bleibt jetzt dabei wie ich denn jetzt habe und ich nehme den ganzen Wald und ich hoffe wenn es jetzt so ist ich habe auch meine normale Rüstung jetzt an ich hoffe jetzt habe ich wieder das komplette volle Leben nicht wieder das halbe weil sonst flippe ich aus weil das wäre geil wenn es sich jetzt geändert hätte Alter nicht euer scheiß Ernst gerade jetzt von was das kommt von jetzt ist ja nur so dreckiger Hund dann lässt du ihm jetzt sterben gehen alter Alter gerade wo das wohl so schön komplett voll waren wann geht es sich das so ey komm so 7 so 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 Ja, 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 du mich auch, Junge. Du mich auch gerade. Na, warte. Dich mach ich fertig, mein Freund. Warte ab, Alter. Dich mach ich fertig gleich. Hm. Ja, der kleine Kultus-Mistus-Mistus-Tustius wird gleich sterben gehen. So, mein Freund. Du musst gleich da hinten, dann krieg ich dich gleich hochzuladen, mein Freund. Hm. Ja, hả? Wow! Wow! Ah, okay, ich muss ein bisschen fernhalten von dem Penner, wenn er so angreift. So, noch eine neue Aufgabe. Neuer Abgang geht. Ich werde das vollziehen. Jetzt mal kriegt er einen Abgang. Der Penner. Was? Das war's schon? Warum hast du das nicht vorhin gleich so gemacht? Na, bitteschön. Na gut. Ich werde euch alle kriegen. So, perfekt. Inventar. Ja. Hier oben. Hey, das sieht auch gut aus. Das sieht auch gut aus. Das sieht auch gut aus. Passt. Die andere möchte ich noch aufrüsten oder was? Na, also. Speicherung. Perfekt. Tja, das geschieht jetzt so leicht, du Penner. Da. Hm. Hm. Wow! Ich hab bald... Ey, Digga! Was ist das? Bad 35 erreicht. Alter, was ist das schon wieder? Spiele. So. Betracht. Betracht man die Diebe oder was? Was ist das hier? Ja. So. Diesmal ist er eigentlich verreckt da, alter Heini. Ja, okay, ich bin jetzt zweimal dran gestorben, aber... Ist doch nicht schlimm. Jetzt hab ich ihn wenigstens besiegt. Oh Gott. Jetzt ging's ja wenigstens gerade. Aber ich fand's einfach nur bekloppt, dass es gerade bei den Olympischen Spielen gerade da wieder vollkommen wieder normal war. Und jetzt auf einmal wieder runter. Warte mal, ich muss grad gucken, was man... Ja, aber bald schon will. 35 erreicht. Warte mal. Was ist das jetzt wieder? Hey, Bruder, machen wir jetzt das hier. Machen wir das jetzt. Was ist das jetzt nicht? Ja, genau. Zeig dein wahres Gesicht. Den geht nicht. So, hier, da lang. Komm schon, Alexios, mein Freund. Das machst du super. So. Dann wollen wir mal loslegen. Hm. Ach so, das ist hier unten. Hm. Alles klar. Nein, 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 nein. Ich mach das nicht jetzt. Die Waffenruhe ist brüchig genug. Das war definitiv Gift. Und Altybier, das war nicht das einzige Opfer. Okay. Okay. Boah, Alter. Boah, Alter. Alles klar. Aha. Das Essen riecht komisch. Aber nicht verdorben. So. Das ist der Beweis. Gift. Jemand hat es ins Essen und den Wein gemischt. Mhm. Ein Speiseplan für die Feier. Und der Name des Händlers. Statten wir diesen Priam einen Besuch ab. Oh, yeah. Let's go. Los geht's. Oh, jetzt einen kleinen Priam. Oder wie das heißt. Erstmal schnell einen Besuch abgestatten. Okay. Wann nun wirst du abgestatten? Nein, bestatten. Ich glaube gerade mal als Witz gesagt. Gerade ebenso. Abgestatten. Oh, nein. Ah, eine Freundin. Ja, das ist das richtige, aber ich glaube nicht, dass das ein Freund ist. Ich dachte schon, dass ein schwuler Hund wird es dann. Das Heiligtum von Olympia. Wir kämpfen die besten Athleten um Rom und Ehre. Richtig. Genau das, was wir auch sind, mein Freund. So. Ja, komm. Mach mal hin, da. Mach mal hin, da. Was? Hi. Und jetzt werden wir uns mal unterhalten. Bitte. Bitte. Ich habe nur getan, was man mir gesagt hat. Hm. Deine Taten könnten Alkibir des das Leben kosten. Und dafür zahlst du mit deinem. Ah. Das ist. Ich habe jetzt hier. Ah. 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 Vielen Dank.